Schönen guten Tag! Wir zeigen diese Aufnahme nur wenn sie gewinnt. Wir spielen grad Team and Knights gegen Team and Knights. Mogi sagt Lust hat die Aufnahme und ich so hektisch. Schönen guten Tag! Die anderen mussten ja nicht wissen was wir aufnehmen. So, Lager aufkaufen. Hab ich. Lager aufkaufen, hab ich auch. Also wir spielen jetzt. Warte. Ey wir müssen nach oben gehen. Guck mal nach oben. Wir spielen jetzt Arthas und Jaina. Also oben ist Jan in Knights. Darunter ist bekannt als Keith in Knights. Bekannt als er hat neuen Youtube Namen. Ich weiß den gar nicht und Julian in Knights. Und wir beiden halt. Warte du gehst top. Ich dachte wir spielen immer Bots. Ja aber die Söldner laufen immer nach oben auf dieser Map. Weil unser Boss unten ist. Ja wir werden das sowieso ohne Mine machen. Ja ich weiß aber die Söldner laufen automatisch oben. Ich lau mal über Söldner. Achso. Die Söldner, Söldner. Okay. Die sind voll das goldene Team. Äh, voll das geilste Team. Er frech mal Mount. Okay. Bei denen sich. Ach ja stimmt. Ich warte mal auf. Weil die werden wir gleich wahrscheinlich von irgendwo kommen und dann. Ja. Wir müssen das Minions klatschen. Ganz schnell. Ganz schnell. Ganz viele. Ja wir kommen von hinten. Hau drauf, hau drauf, hau drauf. Hau drauf. Die Grippe mich weg. Oh nein. Ich. Ich geh zum Brunnen. Das hätt ich nicht überlebt wenn ich weiter drauf gegangen wäre. Nein geh ganz weg. Geh ganz weg. Okay ich versuche noch mein Ruhnstein komm gleich wieder. Jaja gut weil ich hab äh. Ich will das nicht riskieren dass wir jetzt äh sterben. Okay ich bin unterwegs. Oh. Was los? Julian. Oh da kommt Jan. Als Arta. Wieso spricht er eigentlich Arta? Ich geh auch cool. Ne warte ich geh erst nach Mana wohl nicht. Es geht ja jetzt bei mir nicht um Leben nur um Mana. Ja. Regenerationskugel. Bam 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 bam. Ach du spielst bei mir so leise. Zu leise. Okay der erste Tower hat. Ach du spielst an Skype weil du noch mal angerufen hast. Weil du angerufen hast ist mein Spiel jetzt auch mal ich noch leise will. Äh. Ja das hab ich schon wieder hochgestellt eben. Na ich noch nicht. Ähm. Kannst ja hochstellen wenn du stirbst. Wenn ich sterbe wie das klingt. Erwartest du von mir dass ich sterbe? Ich kann uns in die Mine gehen und Schäde sammeln. Aber äh. Machen wir ja nicht. Ich geh im Back. Okay. Oh das ist so mies. Ich weiß nicht wie ich gegen beide vorgehen soll. Ich kann mir schon ein Lager auf. Also eine Person kann ich mir auch kaufen. Kannst du erwarten? Ja ich mir auch. Okay wollen wir schon mal zum unteren Lager da? Nein. Äh. Bis ich meine äh. 40 Stück voll hab. Dann kauft jeder ein Lager zur gleichen Zeit. Guck mal sie freeze mich fest. Also. Ja ja. Jan freeze mich fest. Und äh. Julia macht von oben. Dingens drauf. Ja ja. Die haben ja grad schon gespielt. Die haben sich ne Taktik ausgedacht. Mhm. Oh man. Ich drück die ganze Zeit E. Das ist so blöd ohne Ton komplett. Ich muss das umstellen kurz. Ich muss. Warte. 2 Sekunden. Naja. BAM 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 BAM. So. Besser. 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 Du bist bei sch throws. Besser. Nr. Obにな die Junkaufe, die Besserung hat von Taktik. Äh. Besser. nach. Warte cannons qu� 50 O poder aus Corinne mit Pater Ja, ich weiß, bei dir geht das schneller als bei mir. Automatische Angriffe heilen. So, jetzt heilt man automatische Angriffe. Okay, guck mal. Nimm du das hier unten lang. Ich will nicht, dass die uns sehen. Okay. Okay. Oder lass das mittlere Lager hier dann. Okay, lass das. Da können wir das. Ja, weil sonst müssen wir durch den Scheißkreis. Gut, wollen wir das Rechte machen? Sicher. Ja, die machen gerade das andere. Die müssen uns beeilen. Ach, ne, doch nicht. Okay. Okay, alles cool. Das kriegen wir gut drin. So, nun denke ich. Halt dein Dingelstrahlschung. Wir haben ein Dingelstrahl, hey, ist mein Mann alle erst gleich. Okay, wir haben sie aber sowieso jetzt gerufen. Okay, Rest schaffst du, weil ich geh back jetzt. Ja, mach das. Ich geh top lane. Nein, die bot, bot, bot laufen die gerade durch. Ja, lauf bot durch. Unsere Minions. Und ich, äh, buff die erst gleich. Oder auch nicht. Oh, sie haben mich gesehen. Egal, die ich gesehen habe. Ja, also du würdest du jetzt das Lager erst mal aufhalten. Die beiden Lager. Oben, äh, es wird wahrscheinlich gleich ein Tank zu dir kommen, ne? Also es wird gleich. Lass uns welches linke Lager machen, wenn. Oh, sie sind da oben nicht mehr. Wo sind sie? Wir kommen zu dir. Nein, Jane ist hier. Oh, Jan ist bei mir. Das war aber klar, dass es nicht viel kommt, weil er eben back war. Hm. Okay, ich hab unsere Sektion. Oh, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Nein, 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 das darf nicht sein. Okay, keiner von uns wird festgestorben, oder? Nein, bei denen aber auch nicht. Ich komm mal wieder top lane. Jan wird auch gleich wieder top lane kommen. Oh, und der erste Zug. So, ich hab 14 Stapel, ich brauch 15 für Dingens, gewöhnt. Boah, ich wette die Rasse gerade voll aus. Tja, wir haben sie denn schon geübt. Ja, immer da, wo ich nicht fährt. So, ich kann jetzt einen wieder aufkaufen. Wollen wir zu zweitens? Weg, 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 weg. Kannst du schon einen aufkaufen? Nein, ich hab's scheiße. Verdammt, 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 er hat mich das Gefühl. Wee, ich sterbe. Warte auf, weg. Oh, Mann, ich geh kurz, Black. Kannst du schon kaufen? Nein, ich kann auch nichts kaufen. Schade. Dann kaufe ich jetzt einen auf da unten und führte den anderen. Wir müssen das Lager da hinten auch sowieso lassen, weil immer wenn wir da hinwollen, sehen die uns, dann halten die uns auf, das einzunehmen. Dann geh ich jetzt ins Auge? Wenn das steh, das dauert, nein. Wir können gerade, ihr könnt's aufkaufen, weil es keine gibt. Ich kann eins aufkaufen. Ja, das da hinten, dann sehen die uns aber. Dann wissen die, was wir vorhaben. Okay, wenn ich zwei aufkaufen kann, kann ich da schnell hinlaufen und den aufkaufen. Aber für zwei fehlen mir noch ein paar. Lasse, soll ich nimm jetzt das Dings ein und dann geh ich da von weg. Noch nicht, noch nicht, das fällt auf, wenn wir das jetzt machen. So, ich laufe gleich mal den Wöltern mit, weil ich jetzt Wölter verstärke. Okay, Dings kommt, Dings kommt, wir gehen weg, gehen weg, hier weg. Okay. Ich stelle mich hier. Einer von den beiden muss doch gleich hochkommen. 25 Sekunden kann man unten recht aufkaufen. Und 50 Sekunden in der Mitte. Wo sind die hin? Die machen das Lager. Ich kann sagen, ja. War aber auch klar, das Lager kommt nicht weit. Ich gehe auch nach unten, das Lager aufhalten, ne? Okay. Und danach mache ich oben rechts das Lager, wenn ich genug Punkte habe. Dann müsste ich eigentlich gleich. Nein, die werden das wahrscheinlich gleich auch machen. Dann halt der davon ab. Oh, das ist blöd gerade. Oh, ich sterb fast. Oh nein, Jena kommt. Egal, komm zum Lager und aufkaufen. Ah, okay, stimmt. Ich kann zwei aufkaufen, aber... Wir können das Lager nicht durchbrechen lassen. Warte, 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 warte. Hier, komm her, komm her, schnell, schnell, schnell. Den erwischen wir, den erwischen wir. Den. Egal, der ist entkommen. Na, verdammt. Egal, geh du aufkaufen, solange. Ich gehe top lane, ne? Schaffst du's unten? Zu halten, ja, im Direkt kriege ich wohl. Ja, wenn ich mit dem mitlaufe, sind die 50% stärker darum. Oh, das war gerade gefährlich. Ja, warte. Ich gehe auch eben back und danach buffe ich die, die gerade bei dir sind. Dann werden die auch nochmal stärker. So, jetzt werden die auch nochmal stärker wegen mir. Okay. Ich muss leider gerade back gehen. Okay, wir haben ja einen eigentlichen Spaß. Oh, nur eigentlich Spaß. Die machen das Lager, die machen das Lager. Hinter, hinter, hinter. So, schnell. Aber, das Lager hier. Ich muss noch... Die machen das Lager in der Mitte. Ich bin unterwegs. Nicht? Okay, doch nicht. Okay. Dann machen wir das. Ja, aber sie sind jetzt oben am besten. Die kommen, die kommen, die kommen. Ja, sie kommen schnell. Nach unten weg, 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 nach unten weg. Oh, ich bin nach oben weggegangen. Ja, passt schon. Aber er ist fast tot. Ich gehe drauf. Den kriegst du nicht. Er ist wirklich aber fast komplett tot. Er läuft durch unsere Minions. Minions greif ihn bitte an und er soll sterben. Ah, verdammt. Ich habe einen Sinn. Oh, sie haben unsere andere Lager gestratcht, während wir halt unten abend spielen waren. Oh, die ärgert sich bestimmt. Es ist voll schade, dass sie nicht bei uns in der Leitung sind. Aber es ist auch ein bisschen besser. Wie die gerade eben noch vor uns angegeben haben, ne? Dass die uns locker fertig machen. Ja, das ist ja das Wichtigste, äh, Wichtigste war. Oh, wir sind jetzt ins Level 10. Läuft. Ohohoho, gegeben. Alle rennen weg. Nicht wirklich gegeben, aber ich finde es auch mal toll, dass sie wegrennen müssen. Ich weiß, was du meinst. Oh, es hat sogar gereicht, bis ins Lager rein. Ein Turmall komplett halt vernünftig, komplett halt. Schöne Logik. So, das Lager ist gleich weg. Kannst du das Lager auch aufkaufen, zwei Stück? Ich kann nur einkaufen. Kannst du eins kaufen? Nein. Ich mach's trotzdem. Ja, aber... Nein, 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 ich sterbe, ich sterbe, oh mein Gott, nein. Wie stirbst du? Ich sterbe. Ich hab noch meine Minutes spawnen können, das heißt, sie sind kurz abgelenkt noch. Du schaffst das aber, Owe, du rennst in den Kreis und sehen, wie, dass du da bist. Ich sag dir, wann die kommen. Nein, hier oben, ne? Ja, die kämpft noch gegen meine Minutes, die ich spawnen lassen habe, da. Ich hab mal im Tierhaus drin davor. Voll durch, das kommt noch raus. Geh weg, da zu zweit, machen die dich fertig und wenn das passiert, dann ist vorbei. Ich halte mich zurück, meine Dinge zu stärken. Ich guck, ich bleib jetzt hier und sie machen mir Schaden an denen. Okay, die machen ja 50% mehr Schaden. Und vernichtet! Nice. Man, ich kann nicht mal einen aufkaufen. Jetzt muss ich gegen die kämpfen, was für ein Scheiß. Dumm, da rein zu gehen, okay. Oh, 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 ich bleib kurz hier. Ich weiß nicht, ob das Geflug ist, aber ich bleib kurz hier. Okay, ich geh. Ab Level 13 haben die sowieso verloren. Ich muss, oh, ich muss schnell fliehen. Nein! Wie konnte ich das verfehlen? Nein, wie konnte das passieren? Ah, ich hab verfehlt. Ich konnte nicht wegrennen, die kam zu zweit. Meh. Ich wollte unbedingt das Lager beschützen. Ach, du hast das nächste Lager, ich muss zum Lager schnell. Aber ich bin nur tot. Oh, was war ich bei dir? Pass auf, Arpo's kannst, also Jan kannst. Ich weiß nicht, vor wem man mehr Angst haben muss, vor Julian oder Jan. Ich helfe dir, ich komme, ich komme, ich komme dir entgegen. Wollen wir hoch? Ich gehe direkt nach oben jetzt. Ich gehe direkt zum Lager. Ja, ich basse die noch schnell, dann bin ich jetzt schon mal stärker. So, wenn ich da bin, sind sie auch noch mal 50% stärker, falls ich schrägzeitig ankomme. Jetzt, du wahrscheinlich nicht. Nein, der erste ist schon tot. Der zweite lebt auch. Guck mal, was, nein, was? Ich wollte meine Ultimaten reinhauen. Das war so dämlich. Aber egal. Ich genieße halt meine Ultimaten geknallt. Oh, ich glaube, ich mache dir nicht mal so viel Schaden. Das war es nicht wert. Ach, sorry. Ich war kurz unaufmerksam. Und das passiert mir immer, wenn ich mit dir spiele. Ich bin nur unaufmerksam. Und dann. Gigi. Das Lager schaffst du nicht, die kommen. Doch, ich schaff das Lager. Glaub mir. Die kommen. Ja, passt schon, passt schon. Ich komme auch direkt zu dir. Ich bin gleich da, keine Angst. Ich bin unterwegs. Ich schaff's nicht recht, Alter. Ich schaff's nicht. Scheiße. Dann haben sie uns bekommen. Oh, und was für ein Arsch. Schreibt da noch, danke. Aber klar doch. Das ist mies. Das Lager da hinten. Wie viele Punkte habe ich? 21. 20. Mmh. Mmh. Lass es. Die machen das. Weil die machen das Lager. Und wenn ich nicht lebe, schaffen wir das nicht gleichzeitig. Ich hoffe, dass Lager jetzt von denen hier auch noch anzunehmen. Die Heilung, die ich kriege, ist vorn cool, aber es ist zu wenig. Ich weiß, was du meinst. Er hätte auch lieber so eine 50er Heilung als immer nur 7 oder 6. 90er Maximus, die ich insgesamt haben kann. Okay, ich hab das erste Lager auseinandergenommen und die ganzen Minions, die da mitkommen sind. Das kommen die nächsten an. Oh nein. Und noch mehr Minion. Ich sterfe euch erst halt an dem Lager und den Minions. Ich sterfe mit dir. Ich will da meine Ulti aber nicht drauf bauen. Was passiert so anders? Also, geht euch da hinten, geht ihr da hinten ruf? Was machen die? Ich hol das Lager. Ich mach das wieder mit meiner Ulti. Ich hab zwei Punkte, ne? Benut. Ja, egal. Ist jetzt schon zu spät. Okay, ich gehe hoch und hätte ein Lager. Nein. Achso, ja stimmt, weil du seltener Dingspunster hast, ne? Mhm. Und außerdem mach ich jetzt mehr Schaden an Dingens. Ich kann mich heilen an. Oho, scheiße. Nein, 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 nein. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Bewegungsunfähig. Was machst du, was machst du? Was? Ich hasse dich. Wie ist das passiert? Wie hart haben die mich weggegriffen? Ich dachte locker easy. Ich freue mich daran, wenn ich da reinschieße. Jaina macht extrem Schaden. Kannst du da einfach reinrennen, ist bloß. Das hat mir auch gerade aufgefallen. Guck mal, bei Anfang war meine Technik halt wie ist okay und jetzt übertreibe ich es direkt. Dann läuft einmal was gut und du übertreibst sie immer bei dir, Kummer. Aber kannte ja von mir, du hast auch genug, wenn du gespielt. Also was mich am meisten aufregt, ich habe eine Ulti die ganze Zeit noch hier und kann sie irgendwo einsetzen. Guck mal, ich brauche dich hier. Nicht nur noch der Weg. Halt einfach, halt einfach die Minions auf, ne? Ohne die Minions trauen sie sich nicht aus. Scheiße, die Türme sind leer. Ich kann jetzt drei Stück aufkaufen. Und drei Stück ist auch das maximalste. Also das wird jetzt nicht mehr. Das nächste Lager, was kommt das Kaufe hier einfach auf? Also 34 Sekunden, das linke Lager. Ja, das linke. Also am besten noch ein bisschen weiter durchlaufen. Also ich kann mir gleich direkt das linke Lager, ne? Ja. Und wir müssen aber unsere Minions lassen, das ist noch vorne. Ich gehe schon mal runter. So, wo du schon mal hier bist, gehe ich jetzt zurück runter. Ich muss die Minions weg. Nicht, dass das Ulti der Lager direkt die ganze Zeit nur die Minions angreift. Das wäre nervig. Sieben Sekunden. Warte, ich muss mich zu früh. Egal. Drei, zwei, eins. Ich kann mir. Okay, die... Ich habe sie. Los geht's. Warte, geht vor. Ich bleibe hinter euch. Ich muss jetzt wieder zurückhalten spielen. Oh, und Jan kommt von hinten natürlich. Ich glaube schon, der Lager greift an. Ja. Und ja. Ja, okay, gut. Das ist gut. Die Testung ist gefallen. Ihr habt eurem Tod zu schwer gezwungen. Boah. Oh Gott, Alter. Ganz reich, greift an. Ich gehe gleich weg. Ich bleibe hier erstmal bei den Söldnern. Auch wenn es Zeitverschwendung ist. Nein, geh weg. Geh weg, geh weg. Ja, sobald ich auftauche, ich setze gleich mal Ruhnstein ein. Ich bin fast tot. Ja, das ist zu knapp, wenn du dann deinen Ruhnstein einsetzt. Mach das jetzt. Acht, sieben, so jetzt hört sich ein. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und ich bin weg. Ich mache jetzt mal ich das nächste Lager. Lass uns das... Ich bin... Ich habe zwei Punkte. Cool, ich hole mir das alleine. Mogi? Ja, ich habe es gerade selber alleine gekauft. Okay, dann hole ich mir das mittlere... Lass uns dann das mittlere Lager holen. Das dauert doch ein bisschen länger. Nein, die kommen da hin, die kommen da hin. Stell dich einfach ins Gebüsch und warte, bis die die bekämpfen. Ey, lass mich da auch rein. Ich glaube nicht, dass sie herkommen. Ich glaube, sie halten das andere Lager auf. Doch, sie greifen an. Ich sehe das Lager nicht mehr. Ich auch nicht. Noch mal angreifen? Noch nicht, noch nicht. Okay. Den erwisch ich, den erwisch ich. Oh, fuck, war das knapp. Jetzt habe ich Danke geschrieben. Nice. Nicer. Nicer. Och, nicer, dicer. So ein dummer Sprecher. Sollte man nicht bringen. Und gegeben. Okay, jetzt verstärke ich die Säte nach. Ich verstärke sie auch noch. Jetzt haue ich meine Ulti drauf. Pass auf. Sack. Und voll drauf. Kann jemand auf den Treffchen zeigen? Guck dir das an, wie schnell die Lillen runtergehen. Oh my God. Wie schnell hat denn wieder ein Schild runter? Nice. Nein, ich schreibe das die ganze Zeit an einen Verbündeten. Verdammt, wie schreibt der denn an alle? Mit der Taste, wo du auch dein Ding hast. Egal, er wird es im Video sehen. Er wird es im Video sehen. Ja, ja, stimmt echt. Ach, schön. GG, Leute, GG. Ruf mal die Gruppe an. Okay. Gruppen rufen einfach hinzufügen. Einfach hinzufügen. Jane hat enorm viel Schaden rausgehauen. Ja, ist aber immer so. Das ist der falsche, Julian. Was ist bei dir? Gehen die noch ran? Gehen die nicht ran? Anscheinend nicht, keine Ahnung. Egal, Leute, GG. War eine tolle Runde. Oh, Elmex lebt ein. So, ich werde die Ausnahme. Haut rein. Oh, Revanche. Revanche. Oh my God. Was geht's? Wo ist Moghi? Was? Ich bin hier. Was? Dann nimmt mich an die ganze Zeit schon nicht. Jan? Ja. Ich habe aufgenommen. Ist das okay? Nein. Okay, danke. Ich habe auch noch mal. Als, warte. Ich habe, als ich die Bälle gekillt habe, habe ich gegeben in den Chat geschrieben. Ich habe es nicht bemerkt, dass es ins Team ist. Und dann habe ich auch noch Danke geschrieben, als wir euch das Lager weggenommen haben. Wir haben extra einen Busch gewartet. Und ich wollte das Lager machen. Mogi sagt so, nein, warte. Er macht das gleich selber. Lass uns einen Busch warten. Schön. Das war scheiß. Was? Das ist heiß. Na ja, gut. Danke fürs Zuschauen. Oh, oh, oh. Elidan, Elidan. Jetzt werde ich hier richtig zerlegt. Oh Gott. Elidan ist ein Problem. Elidan ist ein Problem. Die sind immer ein Problem. Für dich sowieso.